Ich war richtig traurig damals, mir ging's richtig schlecht. Die Vorstellung, mich selber zu zeigen und einfach natürlich ich zu sein, war so grauenhaft für mich. Ja, ich bin fett und hässlich, aber ich bin voll nett. Hier kommt eine Challenge für euch. Moin, willkommen bei Bubbles. Hier ist der Ort, an dem du genauso sein kannst, wie du wirklich bist. Aber das ist manchmal ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich hab hier eine Person sitzen, Kaddi, von der ich glaube, dass sie sich ganz gut gefunden hat, oder? Doch schon. Oh, passt so. Man findet sich ja immer, die ganze Zeit, immer während. Wieder neu. Ja. Ich hab hier jemanden, der uns bei Telonym geschrieben hat. Die Person sagt, dass sie sich ständig selbst bemängelt, dauernd nur die Fehler an sich sucht und auch immer versucht, eher eins ihrer Vorbilder zu sein. Und sich fragt, ist das normal in der Pubertät? Wenn man Personen fragt, die aus der Pubertät raus sind, und dann sagt, hast du dich auch komisch gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Pubertät ist ... man ... wächst ja. Ja, und dein Körper verändert sich. Also, das ist ein normales Gefühl. Und ich hab damals auch gedacht, obwohl ich damals viel schöner war als heute. Also, ich war wirklich wunderschön. Ich war voll die Gothic Queen. Ich hatte lange wunderschöne schwarze Haare. Ich hab mich immer stark geschminkt. Und ich war schlank und hatte keine Falten. Aber du bist doch immer noch schlank. Nein, danke schön. Aber wenn man so Fotos von mir anguckt, denkt man schon, okay, das ist auf jeden Fall hübscher. Oder zumindest denke ich das. Aber ich weiß, wenn ich diese Fotos angucke, ich hab mich nicht so gefühlt. Aber hattest du damals auch Vorbilder? Auf jeden Fall. Ja, also wenn ich schon sage, ja, ich war voll die Gothic Queen. Ich hab mir irgendwelche Magazine gekauft. Ich sag jetzt nicht die Namen, aber es waren Musikmagazine, wo dann irgendwelche Mittelalter oder Metal-Bands waren. Und die Frauen waren halt irgendwie immer so rank und schlank und sah so ein bisschen aus wie Morticia Addams aus dem Film The Addams Family. Und das war so mein Vorbild. Ich wollte genau so sein. Und ich bin weder groß, ich bin auch nicht schlank. Meine Haare sind kaputt. Und Schminke kann ich nicht tragen. Also kann ich all das nicht sein. Bin ich deswegen traurig? Nein, denn ich bin ich und ich bin nicht Morticia Addams. Es gibt Leute, die so aussehen. Und das ist für die deren Style. Jetzt muss ich aber finden, was ist mein Style? Womit fühle ich mich wohl? Und es hat bei mir damit angefangen, dass ich aufgehört habe, Sachen zu tragen, in denen ich zwar gut aussehe, aber in denen ich mich richtig scheiße gefühlt habe. Vor allem, man muss ja auch hört sich so blöd an, aber auch mit dem arbeiten, was man hat. Also wenn du eine Jeans hast, wo du denkst, ja, dann müsste ich mir das Becken für brechen, damit ich da reinpasse. Das ist doch nicht deine Jeans. Und wer ist dann Kaddi, wenn du es nicht bist? Richtig. Also niemand kann mehr du sein, als du selbst. Das hat schon, ich glaube, Zeus oder so, heißt dieser Kerl, der irgendwie Kinderbücher geschrieben hat. No one is you-er than you. Ja, das nehme ich mir dann zum Vorbild. Also bei mir hat es auch, also einmal dieses Schminken, ich konnte nicht mehr ungeschminkt das Haus verlassen. Ich habe mich immer richtig stark geschminkt. Meine Haare mussten immer irgendwie zu einem Zopf gebunden sein und ich musste immer irgendwas mit meinen Haaren machen. Weil das wie eine Maske war irgendwie? Ja, also die Vorstellung, mich selber zu zeigen und einfach natürlich ich zu sein, war so grauenhaft für mich, dass ich das gar nicht gemacht habe. Und es war ein schwerer Prozess, da irgendwie rauszukommen. Und es war ein schwerer Prozess, ich selber zu werden. Aber wie hast du es dann geschafft? Also was hast du dann angewandt, damit es anders wurde? Hier kommt eine Challenge für euch. Versucht mal, eine Woche lang ohne Spiegel zu überleben. Und ich weiß. Aber wie viele Spiegel gibt es in meinem Alltag? Ich weiß, es ist super schwer. Aber die Erfindung des Spiegels ist halt wirklich ein Fluch für die Menschheit, finde ich. Also ich sage jetzt nicht, guck dich niemals an oder so. Du darfst dich natürlich noch meinetwegen schminken oder deine Haare noch machen. Aber dann versuch mal den Tag über nicht in spiegelnde Oberflächen zu gucken. Weil du wirst auch, selbst wenn du einfach nur eine Straße lang gehst, du hast da irgendwelche Einkaufsläden oder sowas, wo dann so gespiegelte... Ja, Fensterscheiben oder sowas. Dass man irgendwie schon so darauf trainiert ist. Ich gucke nochmal eben, wie ich aussehe. Oh, scheiß, ich bin immer noch fett. Vor allem, man guckt ja auch anders im Spiegel, als man normal steht. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle, mache ich ja so. Und ich weiß ganz genau, ich lümmel danach eh wieder. Ja, also keine Person guckt dich die ganze Zeit so an und jede Person hat irgendwelche Fehler an sich. Jede Person, selbst die Person, wo du denkst, das ist die schönste Person auf der Welt, hat irgendwie was, wo sie denkt, ach, das hasse ich an mir. Für andere Leute ist es scheißegal. Ja, niemand sieht sich so, wie man weiß. Man sieht immer die Fehler an sich selber, die eigentlich niemand anderes sieht. Und versuch mal, weniger in den Spiegel zu gucken. Versuch mal, weniger optisch self-aware zu sein. Also dich einfach die ganze Zeit zu bemängeln. Das fängt schon an bei der Haltung. Manchmal denke ich auch so, soll ich lieber so sitzen? Weil wenn ich so gemütlich sitze, dann sieht man in meinem Bauch. Scheißegal. Ich habe den Bauch. Soll ich den jetzt... Er muss ja irgendwo... Klar sehe ich besser aus, wenn ich gerade Rücken und Brust raus... Du siehst Instagram vielleicht dann aus. Du siehst dann so aus, wie das die Leute bei Instagram machen. Oh, das ist ein gutes Thema. Ja, es ist noch ein Tipp. Also ich meine, welche Vorbilder sucht man sich auch? Die Challenge, alle Models oder hübsche Personen, die man so auf Instagram kennt, einfach mal nicht anzugucken. Also vielleicht... Es ist schwer, weil manche Leute das so als Stimulation benutzen. Ich brauche das, um irgendwie runterzukommen. Aber du musst ja im Klaren sein, das ist nicht die Wahrheit. Das sind teilweise gestellte Fotos, die super perfekt ausgeleuchtet sind. Und dann noch irgendwie nachbearbeitet wurden. Die haben dann 100 Bilder, die irgendwie in einem Park gemacht wurden. Alle wunderschön. 80 Stunden gebraucht, um dieses eine perfekte Bild zu machen. Also, und das passiert einem nie im Leben, in echt. Also, ja, dann Models entfollowen, Influencer entfollowen. Influencer entfollowen. Alter, ja. Schwieriges Wort. Ja, dich nicht mit Models vergleichen. Es ist deren Berufsmodel zu sein. Eben. Und es ist dein Beruf, du zu sein. Es ist dein Beruf, du zu sein. Und hoffentlich auch die Berufung. Es ist aber auch scheiße, wenn man sagt, sei einfach du selbst. Ja, das ist ein mieser Tipp. Ja, weil manchmal... Wenn man sich weiß, wer man eigentlich ist. Ja, und auch wenn man dann teilweise sich selber... Oder wenn man selbst isst, aber dann andere Leute dich trotzdem deswegen fertig machen. Also es ist ja nicht so, dass die Welt super schön und Heiti Tai Eierkuchen ist. Sondern manche Leute sagen halt, du bist fett und du bist hässlich. Das Geheimnis ist, das zu ownen. Und das zu wissen und das für dich selber zu akzeptieren. Ja, ich bin fett und hässlich. Aber ich bin voll nett. Ja. Und meine Spaghetti, die ich koche, sind sehr lecker. Und das kriegen dann die Freunde, die zu mir zu Besuch sind. Die kriegen sehr, sehr leckere Spaghetti und eine nette Gesellschaft. Und das ist was, was ich kann. Genau. Also, es ist nicht das einzig Wahre. Also, wenn mir jemand sagt, du bist hässlich, dann ist es schon blöd. Aber es tut viel mehr weh, wenn jemand sagt, du bist einfach eine richtig unehrliche, dumme Ziege. Das stimmt. Das geht auf die Persönlichkeit. Genau. Also, dann kann man irgendwie seine Persönlichkeit kultivieren. Denn das Aussehen wird mit dem Alter anders. Ich will nicht sagen hässlich. Alles anders. Es sackt alles ein bisschen. Und ach komm. Ein paar Tipps dazu, wie ihr euer Selbstwertgefühl auch noch steigern könnt, hat auch unsere Psychologin Hanna noch für euch. Da könnt ihr auch gerne nochmal draufklicken. Wie ist es bei dir jetzt, wenn du heute drauf guckst auf früher? Sagst du, es ist okay, dass ich mich damals so gefühlt habe? Und das gehört irgendwie dazu? Zum Jugendlichsein, ja. Aber bei mir war es nochmal so ein bisschen, also, ich gucke die Bilder an und sehe ein hübsches Mädchen, denke, wow, ich war richtig traurig damals. Mir ging es richtig schlecht. Also, in der Zeit, in der ich optisch am schönsten war, war ich seelisch total kaputt. Und jetzt würde ich sagen, ist meine Seele geheilt. Ich bin optisch okay. Und das spiegelt sich ja auch irgendwie. Alles ist okay. Also, man muss sich auch so ein bisschen einpendeln irgendwie. Und du wirst deinen Weg finden. Du wirst dich selber finden. Es ist ein schwieriger Prozess, man selbst zu sein. Und wenn andere Leute immer sagen, sei einfach du selbst, sei die bessere Version von dir selbst. Also, du musst dich nicht mit anderen Leuten vergleichen, nicht mit Models, nicht mit Influencern, nicht mit irgendwelchen Vorbildern, die du hast, die toll sind, sondern vergleiche dich mit dir selbst in der Vergangenheit. Wie warst du damals? Wie bist du jetzt? Und wie wirst du vielleicht werden? Und hier haben wir nochmal ein paar Tipps für dich, wie du am besten ein bisschen mehr Selbstwertgefühl bekommen kannst. Und hier haben die Datteltäter noch was, was du machen kannst, wenn es dir so richtig scheiße mit dir selbst geht. Bis zum nächsten Mal.